Diesen Jaguar sollten Sie sich unbedingt anschauen. Der Antrieb wird von einem Dieselmotor geleistet und einer Automatik. Mit diesem Auto sind Sie komfortabel unterwegs, dank Extras wie einer Klimaautomatik und einer Klimaautomatik, vorderer Sitzheizung, einer Geschwindigkeitsregelanlage und einem Regensensor. Unter der Vielzahl an Extras fallen auf Xenon-Scheinwerfer, ESP und Tagfahrlicht. Haben wir Sie neugierig gemacht? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF, 2020